Hey, die sind Jettelmann, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UNO, schnuno, sag ich immer. What the fuck, hab ich auch die Karten, ey. Du gehst jetzt erstmal wieder in die andere Richtung. Ja, ich kann nur, ich hab nur zwei Karten, die keinen Effekt haben. Oh, nice. Wir sind immer in der gleichen Reihenfolge, wie im letzten Spiel. Ist das Zufall? Äh, weiß ich nicht. Äh, boah. Na komm, drauf geschissen. Ich muss die irgendwann spielen, die ganzen Nullen. Hm, mein Blatt mochte ich irgendwie lieber. Da, du, deins ist so... Ja, das ist weibfarbig. Das ist echt, das ist echt okay. Jetzt kriegst du ja ein neues. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Jetzt bin ich aber eigentlich zufrieden. Oh, jetzt geht das erst wieder in die andere Richtung. Der hat nur noch drei Karten, der Junge. Oh, da guckt er ganz traurig, der Bram. Bleib ziehen, find ich nicht so cool. Mann, das möchte ich gleich nochmal ziehen. Tja. Muss ich nicht! Schlampen! Nein! Die Wechsel! Das hat mich jetzt voll erwischt. Also der macht das sofort durch, einfach. Moment, war er ursprünglich meine? Man hat ihn ja noch auf der Hand. Da weiß ich nicht, was er noch auf der Hand hat. Mach blau! Ich zieh, ne, ich zieh aber mal. Blau? Naja, weiß ich nicht. Ja, ja, mach blau. Naja, keine Ahnung, das ist alles egal. Ich weiß echt nicht, was er hat. Okay, ich guck mal nach, was er hat. Das ist ein Fehler, Peter. Ja, ja, deine Mutter. Damit hast du doch verloren. Na, schade. Nein! Der hat nicht Uno gesorgt. Ich hab gehofft, du hast noch eine Sieben behalten. Okay, jetzt müssen wir zaubern. Er hat Rot auf der Hand und so ein Ich-dreh-mich-im-kreis-gedöns hier. Genau, das, okay. Ja, jetzt darf. So. Erstmal noch mal zahlen. Ja, ja, ist alles gut, ist alles gut. Ich will die Karten ja nicht zu Ende spielen, die ich hier hab. Ja. Jetzt sind wir direkt gezogen. Also jetzt nicht Rot spielen, ja? Genau, nicht Rot. Dann kann er nix machen. Nehmen wir Ort. Ich wünsch dir Rot. Der muss eh ziehen. Nehmen wir... Peter Schmader. Dammit. Shit. Okay, damit hat sich der jetzt... Okay, komm, nehmen wir Rot, ja? Ach Gott. Okay, die Karten muss ich wieder loswerden. Die sind eh wirklich zu viel. Guck mal, da hat der Anno die so schön runtergespült, ja? Und du brauchst eine Runde auf neun Hopsikon. Oder zwei. Ah, ne, das ist nicht cool. Das ist echt scheiße. Oh, ein Sechs. Oh, ich komm auch nicht mehr dran, also. Ne, ne. Entweder zieh ich oder ich drehe ich wieder um. Jetzt kommst du Dran. Jawohl, drehen wir doch hier an die bösartige Karte. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was ich hab geschweinelt. Ja, doch, ich guck mal nach. Na, ne. Oh, ja. Alter, brav, wie viel ist denn ich? Und dann hast du hier bitte. Ich hatte mich nicht über meine Hand beschwert, ja? Ja, puh, also. Ich hätte gern Gelb, Peter. Ach, komm, deine Butter, Junge! Du hast jetzt kein Gelb, aber eine blaue. Oh, ja, schwarz für schwarz geht hier. Weißer, aber super, dass du grün genommen hast, oder? Hat er da doch etwa kein grün gehabt? Doch, hier, siehst du, da hatten sie sechs. Eine blaue hat der Braum. Jetzt ist noch nicht der Zeit dafür. Jetzt ist der Zeit dafür. Jetzt ist der Zeit noch nicht gekommen dafür. Oh, nee, ich zieh mal eine. Oh, ja, Peter zieht auch. Oh, fuck. Das ist doch scheiße. Ja, hier, jetzt kannst du mal, Dalu. Jetzt bist du am Stüffeln, Junge. Ich nehm die mal. Ich nehm die mal. Okay. Na, setz dich mal aus. Hauptgab braucht Pause. Ja, ist doch ganz... Jetzt stresse ich hier alles. Ja. Jetzt nehm ich aber die. Rot, Gelb und der hat noch mal Wünsch dir was. Und jetzt zieh mal, Christian. Kein Problem. Ah, okay, gut. Ja. Ich käme die an. Ja, kann ich verstehen. Der hat noch drei, der hat noch grüne und ne grüne plus zwei. Das ist nicht so gut. Dann nehm ich mir die jetzt, ja. Was ist denn hier jetzt gerade los? Ja, pass auf, dann nehm ich mir jetzt mal... Ich würde Dalu's nehmen. Ich würde Dalu's nehmen. Ja, nee. Dalu hat nur ne plus zwei dabei. Ja, aber da waren noch ein paar Siebenen dabei. Das heißt, Dalu hätte die direkt wieder tauschen können. Ah, du meinst die hier? Ja, und jetzt kann Bram, die nämlich mit Dalu tauschen. Das ist aber ein nett, Fehler. Boah, krass, was da... Dann hab ich einen richtigen Regenbogen auf der Hand, muss ich sagen. Oh, nee. Den grünen Regenbogen, oder was? Ja, nee. Wir müssen jetzt mal hier rot machen. Gehen wir mal rot lieber, wa? Ja, das seh ich auch. Ich zieh dann mal eine. Oder zwei. Vielleicht zieh ich auch drei. Ja, da hab ich doch. Ich hab die anderen nur gezogen, obwohl ich konnte. Ja, okay. Verstehe. Wie häufig kann man eigentlich ziehen, obwohl man kann? Weißt du, äh, boah, unendlich quasi. Gute Frage. Ja, okay. Bin ich dabei. Boah, ja, komm. Mach mal hier. Komm, du vier, Christian. Wir werden mit Peter Smits jetzt los. Oh, ich zieh da noch mal eine. Okay, Gruppenabstimmung. Hatte er gelb oder eher blau? Ich glaub, der... Moment, welche hatten der? Ich muss mich fragen. Gelb oder blau? Ich weiß nicht mehr, welche er hatte. Ich hab drei. Oh. Okay. Aber er musste nur eine ziehen. Ja, aber er hat ja immer noch gelb. Aber jetzt hab ich ein blauer Eis. Ja, und dann wechselt er noch blau. Okay. Ja, aber ihr könntet jetzt wieder wechseln. Siehste? Oh, das ist doch gut. Ja, ich hab was Gutes. Ihr fiesen Penner! Ah, komm. Dann darfst du auch auf Uno springen. Gönn dir noch ein paar. Da ist noch Platz auf deine Hand. Das war jetzt bitter. Aber das hat's blau auf der Hand, ne? Ne. Ohne drei? Ne, hab ich nicht. Ich hab eine Fünf in Rot. Gelb ist nicht so Dalu's Ganze. Christian wechselt immer wieder auf Gelb. Ja, machen wir das mal, Gelb, Dalu. Vielleicht zieh ich ja was Nützliches mal. Arsch. Hier die Arsch. Meck, hier die. Oh, ne, ne. Die ist auch noch nicht. Oh, ja. Hey, ich hab wieder nicht lachen. Ach, Gott! Das ist gerade voll spannend, Alter. Das macht mich wahnsinnig. Christian hat nur noch zwei Karten. Oh, nee, ey. Was machen wir denn da jetzt? Er sagt, Uno überlegt jetzt nix und fährt jetzt auch cool. Oh, das hab ich doch nicht, Bram, Alter! Oh. Ja, das hab ich. So, was sollte ich mir wünschen? Was hat Christian nicht? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Lila. Im Grün. Gleich im Rot. Hm. Ja, du kannst so oder so jetzt nix legen. Er schreit sich, Christian. Oder? Ja, das hat er gewonnen. Dammit. Was ist der? Hättest du mal Grün genommen. Oder Blau. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass keiner mehr Rot auf der Hand hat? Oh, man, ey. Jetzt nix drücken. Geiße. Ich hab auch weiter gedrückt, ne? Das war jetzt echt ärgerlich von den vier Karten. Okay. Geil. Wollen wir vielleicht in die andere Richtung gehen? Nee, wir wollen plus zwei legen. Haha, Jungs. Christian, mein Freund. Was denn? Oh, nee! Eurer Ernst? Aber Peter wollte ja plus zwei legen. Das wäre auch okay dann. Jetzt können wir umdrehen. Das ist fein. Jetzt sind wir ja auch Dalu's Karten. Oh, Moment. Jetzt darfst du aber auch nicht. Au. Ich wollte doch jetzt Peter einen reindrücken. Äh, Dalu weiß, dass ich das nicht habe. Äh, okay. Oh, wechseln wir auf Yelp. Wechseln wir auf Yelp. Oh, lol. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Na ja, da wollte der Stachelhaus eigentlich nicht tauschen. Nein, natürlich nicht. Was hast du denn, Feines? Ich habe richtig gute Karten eigentlich noch. Der hat noch eine schwarze plus vier und scheiße, die andere habe ich vergessen. Ja. Hm. Wir müssen gleich irgendwie auf blau oder so wechseln. Ne, gelb war das aber nicht, Peter. Moment, ich muss anfechten, wenn er die nicht hat, wa? Ja. Wenn der roten nicht hat. Erd blau. Konnten wir jetzt sogar alles alles sehen, wa? Ja, scheiße, stimmt. Das kann man dann ja sehen. Na, warte auf. Bambouf. Aber was für ein Blau. Welche Zahl? Sechs oder neun. Weiß ich echt nicht. Das war eine Fünfte. Da habe ich nicht drauf geguckt. Ja, okay. Da kann man ja noch ein schönes Spiel machen. Eine Sechs oder eine Neun. Okay. Next try. Jetzt auch mal ernst spielen, ja? Ja, okay. Ja, boah. Erst mal alle die nächsten Karten. Scheiße, was hat denn Dalu? Dalu hat nur zwei Farben. Der hat nur... Ja, das ist nur alleine, Peter. Ja, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Welche hattest du denn jetzt? Scheiße. Jetzt wüsste ich eigentlich, wenn ich klug wäre, die von Dalu und von Wambi Karten. Das stimmt. Mann, warum denn? Ne, der hatte kein Grün. Das würde ich nicht anfechten. Der hatte kein Rot. Hey, das hat aber nichts mit Rot zu tun. Tut so weit. Mein Gott. Ich klicke eine Neun in Rot. Kein Problem, Peter. Ich habe zwei Nullen. Okay, cool. Dann ziehe ich erst mal eine Karze. Ja, zwei Nullen finde ich auch cool. Oh, hey. Lege mir eine Vier. Die hat nur noch cool, Bram, oder nicht? Ja, das ist cool. Aber wie ist denn Rot? Rot ist doch scheiße. Ich klicke eine Null. Ich klicke eine Vier. Rot habe ich aber nicht. Ja, mal wieder in die andere Richtung. Alles klar. Ich weggehe es hier hin und her, Leute. Oh, shit. Oh, hey. Er hat eine Rote. Was hat das? Was hat das? Eine Rote Null und eine Gelbe, glaube ich. Ne, er hat keine Ahnung. Ist doch viel zu wahr, um sich so einen Scheiß zu merken, eigentlich. Also wirklich wahr. Ja, komm, hier. Ne, acht. Ach, Bram. Was soll das? Musst du zwei ziehen? Ja, ich muss zwei ziehen. Ich dachte, du könnt es weiterschieben. Ich dachte, wir machen jetzt zwei, drei Runden. Hm. So, jetzt kannst du die nächste legen, Pinner. Jetzt hast du nur noch roh und gelb dran. Oh, ich habe auch nur noch blau und gelb. Was soll das denn? Nein. Du könntest ja eh nicht, Pinner, oder? Doch, ich könnte wohl. Achso, habe ich mich vertan. Es ist schon ein bisschen wieder dran. Weil ich nicht kann. Du bist zu dran. Achso. Ja, ne, okay. Ja, komm dann her. Scheiße, das brauche ich ja gar nicht erst anfechten, ey. Ich hätte dann Rot. Oh, ne, das habe ich ja nicht. Ich hätte gern Rot. Oh, ne, Rot habe ich aber nicht. Ach, ja, genau, Alter. Entschuldigung. Ich hätte gern Grün. Das war falsch. Sorry. Und ich kriege auch nichts zum Tauschen. Ja, ich bin leider ausgesetzt. Na, Aussätze finde ich gut. Hast du noch eine Aussätzenkarte, Christian? Nein. Du hast bestimmt gelb, hast du, was, Peter? Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oh, no. Ah, doch nicht. Oh, gelb hat er nicht. Ich ah nicht. Das war doch mal bei gelb. Ja. Das war jetzt scheiße von dir da. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ihr müsst ja switchen. Dann wechsel da. Ich kann nicht switchen. Weil ihr eure 7 in 0 habt. Wir brauchen auch die dritte. Gelb. Ich hätte gern Grün. Ja, komm ey. Da macht Christian noch Feierabend hier sofort. Peter kann dich bedienen. Dalu muss bedienen. Ich muss gar nichts. Ich ziehe. Da kommt jetzt eine grüne 5 oder so. Eine grüne 6. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Hallo. Hallo. Ich habe die letzte Grüne beim Stapel gekauft. War doch alles richtig, Peter? Jetzt zieht er eine 7. Wer willst du denn tauschen? Bleibt ja nur Dalu eigentlich. Das Problem ist, von der Anzahl reicht ja nur Dalu, aber 3 Gelbe, eine Rote, eine Blaue hat Dalu jetzt, aber Dalu hat 2 Siebenden auf der Hand. Oh, hallo. Tschuld mir die mal. So, Freunde. Ich spiele auch mal wieder mit hier. Erstmal eine plus 2. Schön. So, Peter. Ah, blau hast du auch, okay. Ja. Aber du hast noch 2 Siebenden, oder? Nee. Ich habe sogar noch mehr. Was? Sogar noch mehr? Ich habe noch mehr. Was? Scheiß. Ich spiele das heute. Ich habe mal 2 grüne Einsen und ein blauer Acht. Ja. Ja. Ich habe nur noch 2 grüne Einsen. Ich habe nur noch 2 grüne Einsen. Also keine Einsen legen. Äh, puh. Ist ja puh, ne? Ja, boah, ich, äh. Na? In Form, was? Ich nehme halt mal grün, wa? Warum denn? Ja, nee. Aber ist das okay? Boah, vielleicht ziehe ich ja jetzt etwas Cooles. Ja, hol dir die ganzen Siebenden wieder. Das wirst du so nicht zu Ende spielen können. Der hat nämlich jetzt 2 Siebenden schon wieder auf Waren. Ja, ich weiß, aber du hast auch noch 7, Christian. Scheißegal, wer mich getauscht hat. Da haben alle 7. Komm, jetzt tausch du. Wie denn mit einer gelben Acht? Hm? Tausch mal nochmal, haben wir ja nichts anderes, außer sich nur noch auf der Hand. Der hat eine rote 7 und eine rote plus 2. Okay. Weil der kann ja mit den 7 beenden, ne? Da müssen wir aufpassen. Hm, wie wär's mit Rot? Gehst du mit Rot, ja? Das habe ich nicht, das ist so ein Bait, weißt du? Ah, ich verstehe. Rot ist kein Problem. Ja, jetzt gehen wir auf Blau, Peter. Okay. Ah, wofür gehe ich mit meiner Maus zum Arm? Blau ist ein Problem. Nehmen wir mal lieber auf Gab. Das zieht der Tag erst mal wieder. Jawoll. Hier. Oh, nee. Das ist jetzt, hm, also, puh. Das ist jetzt in der Tat puh. Ah ja, schön. Ja, ist schon schön. Wir machen nochmal grün. Oh, nee! Nee, 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 nee. Pfff. Pfff. Hehehe. Oh, shit. Oh, je. Okay. Ah, natürlich wird nochmal die. Kann man noch dreistellig werden? Blau. Was soll das denn da? Ich will auch mal mitspielen. Okay, nee, nee. Nee, jetzt mehr hab ich aber nicht an Blau. Boah. Dieses Steckdreck ist echt in alle Löcher, ey. Mein Gott. Ich hab Gelb. Was ist denn das für ne Hand, die ich da hab? Gelb. Hallo, Sam. Okay. Gelb. Hast du jetzt Gelb nur wegen Dalu genommen oder hast du Gelb wirklich? Aber Rode. Dann du bist dran. Ja, fecht sich natürlich an. Hat er die schwarze nicht gezogen, weil er nicht konnte? Ja. Gut, also. Wollen wir das System nochmal dahinter? Wenn man die nicht hat, muss er anfechten. Gelb. Ja, wenn man bedienen kann, muss man anfechten, wa? Ja, wenn er nicht die legen musste, sondern eine andere hätte legen können, dann muss er anfechten. Okay. Hä? Ich hab das verstanden, ne? Ja, das ist ja... Puh, ist das, ne? Okay, zwei Siebenen aus dem Spiel. Oh, ich zieh erst nochmal ein paar Karten, wa? Hast du jetzt Blau gerade, wa? Nee, gehen wir doch einfach hier zu Blau. Nee, nee, wir gehen schön zu Gelb, wegen Dau. Okay, gehen wir zu Gelb. Ja, dann spiel ich halt wieder die hier, hä? Ja, der hat doch kein Geld. Ja, der hat die gerade gezogen! Das ist hinter die Taktik. Ach, scheiße. Könnte schwierig werden, diese Runde. Na, lass dich doch erstmal wieder ein Pakat. Ach, guck mal, alle fünf direkt, das ist doch schön. Oh, ne. Oh, ne. Das war jetzt, äh, puh. Ja, ne. Grün hast du, Peter, oder? Ja, ne, direkt weiter hier. Ne, also ich will die nicht. Oh, scheiße, stimmt ja. Oh, der hatte noch einen? Ja. Alter, wie viel hat der 19 Karten hat, Christian? 19. Ja, ne, dann machen wir nochmal eine blöde Zeit. Ach, komm schon, nein! Ach, komm schon, nein! Oh, Gott. Äh. Andersrum. Ja, erstmal Richtung, das merkt mich, äh. Rote 8. Die hab ich doch identisch normal. Ne, das zieh ich mal lieber. Mach mal eine Richtung selbst. Christian ist mir jetzt so oft dran. Ich ging jetzt auch lang genug in die eine Richtung, ne? Ja, Christian ist da nicht dran, ey. Oh, wir sind gleich mal. Boah, ne, nicht blau, Alter. Blau ist doch schön, oder? Ja, ne, blau ist kacke. Lass mal lieber rot machen. Da noch kein rot und kein gelb, Alter. Aber das sind halt... Doch, der hatte doch noch die rote 7. Die ist schon lange weg. Als ob die weg ist. Ja. Hat es hier gerade wieder los. Äh, wer darf auch. Aber hast du... Ja, wann hast du denn für Karten eigentlich? Äh, ich hab... 4, 2, 7 hab ich. So, hat er noch die rote 7, Christian? What the fuck? Stachel aus! Das ist jetzt blöd, weil wir brauchen mal eine 7. Eine grüne 7 hat er auch noch. Oh, shit. Okay. Okay, ich hab 17 Karten. Aber du hast doch noch eine 7. Ja, du möchtest deine Karten sicher wieder haben, oder? Ja. Eine grüne 4, blau 2, 7. Muss man auf grün kommen, oder? Ich hätte gern die Karten. Ich hätte gern die Karten. Dann hättest du die jetzt gerne, ja? Okay. Sich da um die 3 Kärtchen abrügeln, ey. Ist ja niedlich. Boah. Jetzt hat er noch 2 blaue Karten. Ne 2 und ne 7. Ja, du hast auch nur noch 3. Ja und? Aber ich kenn deine. Kennst du meine? Ey. Bäh. 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 Ich guck mir mal kurz deine an. Bäh. Das ist gut. Damit bin ich zufrieden, weil jetzt hast du nämlich keine 7 mehr. Bäh. Aber ist okay. Bäh. Bäh. Scheiße, das ist jetzt richtig dick. Oh oh Peter, wie läuft's denn mit den Karten, mit denen du nichts tun kannst? Komm Peter, zieh doch mal auf Warten. Ja, bravo, Alter, was ist das denn jetzt hier? In diesem Match, wie viel hast du davon gespielt? Ich weiß das jetzt auch nicht, aber ich hätte gern Blau, ja. Blau hat er aber. Oh. Ach, was hast du? Nein, das geht doch nicht darum, ob der Blau hat oder nicht. Ich bin ja, ob ich hätte Blau spielen können. Ja, du hast doch gezogen, oder nicht? Ja, er eben. Ich hätte nicht. Man hat den Christian jetzt nochmal. Dalu ist egal mit den zwei Karten, oder was? Ja, ne, den überspringe ich. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Sehr gut. Oh. Oh, da zieh ich nochmal, wa? Man hab ich hier noch mit Graupensuppe gezogen, ey. Aber eigentlich auch ne 9. Nix, ey, nix hab ich hier. 17 Karten, ja. Du kannst immer bedienen. Hallo. Hallo. Hatte der dann noch ne blaue oder ne grüne, würd ich sagen? Können wir irgendwie auf gelb oder rot? Ich muss erst mal ziehen. Ich muss erst mal ziehen. Zieh. Grüne. Geil. Willst du mich verarschen? Da konnte ich auch nix für. Das hat er automatisch gemacht, weil ich das machen soll. Ja, Scheiße. Das ist natürlich jetzt echt kacke. Oh Mann, ey. Warte mal, das für ein schreckliches Spiel. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und rein. Tschüss. 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 Tschüss.